Ich grüße dich. Heute lese ich wieder mal was vor und zwar diesmal vom Kanal YouTube Emoji Neue Chronologie. Da geht's um das Thema Neue Chronologie, wie der Name schon sagt, und zwar die Forschungen von Anatoly Fomenko. Vorwort Die allgemein akzeptierte Version der Weltgeschichte entstand erst im 17. Jahrhundert. Sie wurde bis ins 19. Jahrhundert verfeinert. Und diese Version ist nicht korrekt. Ich fasse das jetzt hier in wenigen Sätzen sinngemäß zusammen. Also das vorliegende Buch nimmt eben einen Sonderplatz ein, denn es wurde auf Wunsch der Leser geschrieben. Die also zu Recht sagen, dass es zwar schön und gut ist, wenn die vorhandene Geschichte angezweifelt wird, aber es fehle noch eine Art prägnanter Leitfaden über diese neue Chronologie und die neue Version der Geschichte. Und auf diesen Wunsch hin ist eben das Buch entstanden. Jetzt, da sich eine große Menge an Material angesammelt hat, kam der Moment, um die wichtigsten Ereignisse zusammenzutragen und die eigentliche Vergangenheit zu rekonstruieren. Außerdem haben wir auch gezeigt, dass die heute existierenden archäologischen und physikalischen Methoden der Datierung, einschließlich die berühmte Radiokarbon-Methode, leider schlecht für die Datierung von Artefakten geeignet sind, die nur 1.000 bis 2.000 Jahre alt sind. Diese Methoden erzeugen Fehler, die mit dem Alter der Proben vergleichbar sind. Wir werden uns auf die neue Chronologie stützen, die wir auf der Grundlage der mathematischen, empirischen und statistischen Ergebnisse erstellt haben, die in den drei ersten Büchern der Chronologie in sieben Bänden vorgestellt wurden. Die wichtigsten chronologischen Veränderungen um etwa 333 Jahre, 1.050 Jahre und 1.800 Jahre, die von A.T. Fomenko in der antiken und mittelalterlichen Geschichte entdeckt wurden, diese sind in der von Fomenko 1975 bis 1979 erstellten globalen chronologischen Karte dargestellt. Nun der Hinweis, es gibt 24 Hauptbücher, die erste Welle, das heißt sieben Bände Chronologie und dann gefolgt von den 17 Büchern der zweiten Welle, die auch goldene Serie genannt wird. Außerdem gibt es noch eine Webseite chronologia.org. Viele Dinge, die in diesem Buch gesagt werden, sind immer noch eine Hypothese. Wir erheben nicht den Anspruch, bei der vorgeschlagenen Datierung extrem präzise zu sein. Es wird viel Arbeit erforderlich sein, um die neue Chronologie und einige Hypothesen zu verfeinern. Deshalb rekonstruieren wir die Geschichte immer noch nur nach Jahrhunderten. Das heißt, unter Angabe des Jahrhunderts eines bestimmten Ereignisses, aber ohne das Datum innerhalb des Jahrhunderts anzugeben. Wir haben gezeigt, dass es derzeit keinen Beweis für die skaligerische Chronologie gibt, die ja heute allgemein akzeptiert wird. Ein solcher Beweis, wie wir mit voller Autorität behaupten, war nie da und ist immer noch nicht vorhanden. Deshalb sollte die Geschichte der Antike neu geschrieben werden. Die neue Chronologie begann mit der Schaffung der neuen mathematischen, statistischen und astronomischen Methode der Datierung der in den alten Quellen beschriebenen Ereignisse. Auf der Grundlage dieser Methoden haben wir die korrekte Chronologie der Antike rekonstruiert. Das ist unser Hauptergebnis. Hier wäre es angebracht, sich an den Namen eines der Bücher von Vomenko zu erinnern, nämlich Die Wahrheit kann berechnet werden. Dann, basierend auf der neuen Chronologie, skizzierten wir im Allgemeinen die Rekonstruktion der Geschichte bis zum 18. Jahrhundert einschließlich. Es folgte die nächste Stufe. Sie, also die Leser, begannen uns zu fragen, worüber haben denn dann die berühmten klassischen Autoren, also Herodot, Tocydides, Titus Livius, Homer und die anderen, in Wirklichkeit gesprochen? Bei der Beantwortung der Frage analysierten wir praktisch alle wichtigen klassischen und mittelalterlichen Quellen, die die Grundlage der skalligerschen Geschichte der Antike bilden, deren Bau, wie wir herausgefunden haben, ziemlich spät erfolgte, im 17. bis 18. Jahrhundert. Klick, 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 klick. Insbesondere haben wir die folgenden Texte sorgfältig recherchiert. Da kannst du ja jetzt bitte kurz Pause drücken, das muss ich nicht alles vorlesen. Aber es sind eben sämtliche Klassiker, dann auch Indiens Mahabharata, die Edda und so weiter. Wir haben tausende von Bildern studiert. Unter anderem wurden mehrere Dutzend der alten Sternzeichen mit einigen Transkriptionen von Daten entdeckt. Einige von ihnen waren früher unbekannt. Wir haben bereits über 40 Tierkreise mit der astronomischen Methode und dem von uns entwickelten effektiven, computergenerierten Algorithmus der Datenanalyse datiert. Es stellte sich heraus, dass all diese in Anführungszeichen antiken Tierkreisdaten in die Epoche des 11. bis 16. Jahrhunderts und keineswegs in die ferne Vergangenheit fallen. Wir setzen diese wichtige Arbeit, die wesentlich zum Rückgrat der neuen Chronologie beiträgt, aktiv fort. Hier ist ein weiterer Vorteil der neuen Lesart der alten Texte. Zum Beispiel eine interessante Frage. Was waren die alten Traditionen in Russland vor dem 17. Jahrhundert? Es ist nicht so einfach, eine Antwort zu finden. Wie wir bereits verstehen, wurden die heute existierenden Chroniken der russischen Geschichte tendenziell bearbeitet und sie verzerren das wahre Bild vor dem 17. Jahrhundert. Woher sollen wir also die erforderlichen Informationen ableiten? Anscheinend sollten wir uns den alten Quellen zuwenden. Titus Levi, Herodotus, Tacitus und die anderen. Sie erzählen uns viel über das antike Rom, das heißt, wie wir gezeigt haben, über Russland. Die Horde des 13. bis 17. Jahrhunderts. Hier sollten wir also die alten Zeugnisse über die Horde herausholen, die in diesen Quellen als antike Römer oder antike Skythen oder antike Ägypter bezeichnet werden. Grob gesagt sind die antiken alten römischen Traditionen in der Tat die alten russischen Traditionen der Epoche des 14. bis 16. Jahrhunderts. Übrigens entwickelte sich der Begriff der Nationen und Nationalitäten erst später, frühestens im 16. bis 17. Jahrhundert. Aber zurück zu unserer Liste der alten Autoren. Es stellt sich heraus, dass praktisch alle diese erhaltenen Texte und Chroniken, viele von ihnen sind miteinander verbunden, uns tatsächlich von den Ereignissen des 11. bis 17. Jahrhunderts erzählen. Sie wurde durch die falsche skalligerische Chronologie in die ferne und manchmal enorm ferne Phantomvergangenheit zurückgeworfen. Das ist nicht nur durch die Jahrzehnte und Hunderte, sondern sogar durch Tausende von Jahren zu verfälschen. Gleichzeitig stellte sich heraus, dass es nicht so viele Primärquellen zur Antike gab. Sie nehmen nur wenige Stellen im Bücherregal ein. Und so sollten wir nicht denken, dass zur Rekonstruktion der Vergangenheit sehr viele Quellen benötigt werden. Anscheinend sind etwa sieben bis acht Dutzend völlig ausreichend. Neben den berühmten Chronisten wurden uns die Berichte der Antike von den angesehenen Dichtern, Dramatikern und Schriftstellern übergeben. Zum Beispiel Homer und Vergil, deren Werke sich als äußerst wertvoll für die Rekonstruktion der wahren Geschichte erwiesen haben. Oder den berühmten Shakespeare. Die neue Chronologie wirft ein helles und unerwartetes Licht auf ihre Schriften. Endlich können wir verstehen, worüber diese großen Autoren tatsächlich geschrieben haben. Bevor wir mit der Rekonstruktion fortfahren, die sich stark von der heute bekannten Version der Skalliger-Petavius-Version unterscheidet, sollten wir einen Überblick darüber geben, wie die skalligerische Geschichte zustande kam. Dies wurde erst im Laufe unserer Forschung endgültig geklärt. Die heute zugänglichen historischen Primärquellen, die veröffentlicht und im öffentlichen Archiv verfügbar sind, sind das verbindende Element der skalligerischen Version und wurden zusammen mit ihr geschaffen. Vor allem durch Verzerrung und gezielte Bearbeitung der wirklich alten Dokumente. Die alten Texte selbst, die die richtigen Berichte über die Geschichte lieferten, die wurden gnadenlos zerstört. All dies geschah im 17. bis 18. Jahrhundert im Laufe des internationalen europäischen Programms zur Neuerschließung der alten und mittelalterlichen Geschichte. Wofür und für wen war es notwendig? Das Programm hatte die staatliche Unterstützung, sowohl in Europa als auch im Romanov-Russland. Dann im 18. bis 19. Jahrhundert. Die skalligerische Version wurde in Asien und China integriert und darauf aufbauend wurden die asiatischen und die chinesischen antiken Chronologien konstruiert. Weltweit also. Praktisch alle in den alten, auch bearbeiteten Dokumenten beschriebenen Ereignisse fanden statt. Eine weitere Frage ist, wo und wann? Hier kam es zu der chronologischen und geografischen Verwirrung. Es gab natürlich auch einige natürliche chronologische Fehler. Auch die bewusste Verzerrung führte zur Verlängerung der Geschichte. Die Hauptrolle wurde durch die tendenziöse Bearbeitung übernommen. In der Epoche des 17. bis 18. Jahrhunderts, zur Unterstützung der eingebetteten skalligerischen Version, wurden fast alle Ausgaben der Werke der klassischen, griechischen und römischen Autoren und der heute veröffentlichten mittelalterlichen Chroniken und Erinnerungen bewusst erstellt. Die Quellen, die versehentlich die Zensur vermieden haben, wurden über die 200 Jahre lang akribisch durchsucht und entweder vernichtet oder aus dem Verkehr gezogen. Dies setzte sich auch im 19. Jahrhundert fort. Das perfekte Beispiel ist die gezielte Zerstörung der Sulaketsev-Bibliothek. Im 19. Jahrhundert, umso mehr heute, wurden solche alten erhaltenen authentischen Texte als etwas Lächerliches wahrgenommen, das einer ernsthaften Untersuchung nicht würdig ist. Die Historiker beginnen sofort, über Fälschung oder die Unwissenheit des Chronisten zu streiten. Es ist wichtig zu verstehen, dass sie heute bei der Veröffentlichung der Primärquellen, ob bewusst oder unbewusst, einer rigorosen Zensur unterzogen werden, die der skalligerischen Version entspricht. Nur die primären Quellen, die zum vertrauten Bild passen, gelten als erwähnenswert. Infolgedessen werden nur die Texte in Umlauf gebracht, die der gezielten Bearbeitung des 17. bis 18. Jahrhunderts unterzogen wurden. Wir haben festgestellt, dass es eine klar definierte Grenze gibt. Die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts. Wir wissen mehr oder weniger genau, was nach diesem Punkt geschah, d.h. näher an unserer Zeit. Auf jeden Fall beginnend mit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Aber wir haben eine sehr schlechte Kenntnis davon, was vor der Mitte des 17. Jahrhunderts geschah. Diese Grenzlinie erschien künstlich. Es ist nicht das Ergebnis des natürlichen Vergessens der Informationen. Es trennt die genaue Chronologie von der falschen. Heute wird als Axiom akzeptiert, dass die sculligerische Version und die wahre Geschichte dasselbe sind. Aber das ist nicht wahr. Die Historiker, die denken, dass sie die antiken und mittelalterlichen Geschichten studieren, die analysieren nicht die Realität, sondern eine künstliche Welt, eine märchenhafte Phantomvorstellung, die von den Historikern und Herausgebern des 17. bis 18. Jahrhunderts geschaffen wurde. Heute verwenden die Historiker die verzerrten und bearbeiteten Texte aus dem 17. bis 18. Jahrhundert, die sie fälschlicherweise als authentische alte Primärquellen bezeichnen und betrachten. Die Historiker, die tauchen ein in eine Fantasiewelt, in der sie ihr ganzes Berufsleben verbringen. Sie haben keine Ahnung, dass diese virtuelle Realität von ihren jüngsten Vorgängern erfunden wurde. Die erfundene Welt erwies sich als komplex, kompliziert und vermittelt auf den ersten Blick einen Eindruck von etwas sehr Solidem und Konsequentem. Aber so ist es nicht. Unbefangene Außenperspektive, basierend auf den objektiven Methoden der Datierung, erkennt ziemlich schnell alle verräterischen Zeichen der Sandburg im Märchenbau. Weitere Analyseergebnisse führen dazu, dass dieses Gebäude zusammenbricht. Warum also arbeiten die Historiker heute am Ende nur mit den Texten und ihren Ableitungen, die im 17. bis 18. Jahrhundert bearbeitet wurden? Das ist der Druck einer bestimmten Schule und langjähriger Überzeugungen. Irgendwann wurden sie mit Gewalt eingebettet und jetzt sind sie zu den akzeptierten Fakten herangewachsen. So läuft das. Natürlich war es nicht möglich, alle Dokumente aus der Zeit vor Skaliger zu vernichten. Einige von ihnen müssen noch heute existieren. Aber stellen Sie sich vor, dass der Experte für die Skaligerische Fata Morgana auf ein authentisches Dokument gestoßen ist, das zum Beispiel die Epoche des 15. bis 16. Jahrhunderts beschreibt. Der Unterschied zwischen der wahren Geschichte dieser Epoche und ihrer Skaligerschen Darstellung, der ist so groß, dass es schwierig wäre, dieses Dokument überhaupt mit dem vertrauten Bild zu vergleichen oder gar zu verstehen, worum es geht. Ganz zu schweigen davon, dass es höchstwahrscheinlich mit obskuren Hieroglyphen geschrieben werden würde. So wie die uns heute bekannte alte Kalligrafie auch die Handschrift der Fälscher-Herausgeber des 17. bis 18. Jahrhunderts ist. In der Regel wäre dieser Gelehrte nie auf die eigentliche Handschrift und die Schriften des 15. bis 16. Jahrhunderts gestoßen, ganz zu schweigen von den früheren Epochen. Deshalb wird ein zufälliger, alter, authentischer Text, auf den Sie zufällig stoßen könnten, höchstwahrscheinlich für unlesbar erklärt. Was übrigens auch passiert. Wenn es Ihnen gelingt, es zu lesen, erklären Sie es zu einer seltsamen Frucht der mittelalterlichen Unwissenheit. Die Bücher, die als im 15. bis 16. Jahrhundert veröffentlicht gekennzeichnet sind, entpuppen sich oft als Fälschungen des 17. bis 18. Jahrhunderts mit rückwirkendem Erscheinungsjahr. Angeblich früher. Die Massenveröffentlichung solcher Bücher im 17. bis 18. Jahrhundert stellt einen wichtigen Teil der Begründung der skalligärischen Versionen dar. Die authentischen Bücher des 15. bis 16. Jahrhunderts wurden verurteilt und zerstört. Viele echte offizielle Dokumente Westeuropas des 16. Jahrhunderts, die von der kaiserlich-hordischen Kanzlei herausgegeben wurden, wurden, wie wir sie heute verstehen, in slavischer Sprache verfasst. Viele der damals in Westeuropa erschienenen Bücher waren auch slavisch. Übrigens ist den Experten die Tatsache der breiten Veröffentlichung der slavischen Bücher im Europa des 16. Jahrhunderts bekannt. In dieser Epoche war das Slavische die internationale Sprache. Später wurde das alte Latein auf seiner Grundlage geschaffen. Der Übergang von der slavischen Sprache zum lateinischen als internationale Sprache in Europa erfolgte erst nach dem Zusammenbruch des Großen Reiches am Ende des 16. bis 17. Jahrhunderts. Wahrscheinlich ist das Lateinische in seinem entwickelten alten Zustand erst im 16. bis 17. Jahrhundert entstanden. Deshalb sind alle alten lateinischen Texte im besten Fall die Übersetzungen ins Lateinische, die als alte Sprache bezeichnet werden und in der Epoche des 16. bis 18. Jahrhunderts durchgeführt wurden. Die skaligerische Version wurde sofort in solche Übersetzungen eingefügt. Dasselbe kann auch über die antike griechische Sprache gesagt werden. Sie wurde auch zusammen mit der antiken griechischen Literatur in der Epoche des 16. bis 18. Jahrhunderts geschaffen. Die antiken griechischen Primärquellen wurden sofort in dieser Sprache geschrieben, übersetzt und bearbeitet. Die echte antike Sprache ist wahrscheinlich das mittlere Griechisch, das byzantinische Griechisch. Es ist kein Zufall, dass es sich von der neu griechischen Sprache unterscheidet, im Gegensatz zu dem alten Griechisch, das dem neu griechischen nahesteht. Die gesamte sogenannte klassische griechische Literatur ist auch eine umfangreiche Bearbeitung der alten Texte des 16. bis 18. Jahrhunderts in die kürzlich erfundene klassische Sprache. Die Erfindung der skalligärischen Version der Geschichte war eine Folge des großen politischen Wiederaufbaus der Welt im späten 16. bis Anfang des 17. Jahrhunderts. Nach dem Zusammenbruch des mongolischen Reiches sind aus seinen Fragmenten die neuen autonomen Kleinstaaten entstanden. Die ehemaligen kaiserlichen Gouverneure wurden zu unabhängigen Herrschern. Zuerst fürchteten sie die Rückkehr des alten mongolischen Befehls. Deshalb haben sie sich bemüht, die alten Wurzeln ihrer Autorität in der historischen Vergangenheit zu schaffen. Der Hauptzweck der neuen historischen Version von Skalligär und Petavius war es, die Geschichte des 14. bis 16. Jahrhunderts in die gewünschte Richtung zu verzerren. Sie wurde absichtlich gefälscht. Erst jetzt beginnen wir, das Ausmaß des globalen Programms des 17. Jahrhunderts zu verstehen, das darauf abzielt, die fiktive Geschichte der Vergangenheit zu erschaffen. Wir sollten uns nicht wundern über die Koordinierung der Maßnahmen zur Fälschung der Geschichte zwischen verschiedenen Ländern. Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts waren fast alle europäischen und asiatischen Länder Teil des einen vereinten Reiches. Deshalb gehörten alle Gouverneure zu einem Kreis von kaiserlichen Beamten. Nach dem Zusammenbruch des Imperiums waren die Beziehungen zwischen seinen früheren Provinzen zunächst noch eng. Erst am Ende des 16. Jahrhunderts fällt der Beginn der historischen Reform. Die Hauptfälschung, einschließlich der Erschaffung der antiken Quellen, erfolgte im 17. bis 18. Jahrhundert, als das Reich bereits zusammengebrochen war. Das heißt, nach der Zeit der Unruhen in Russland und dem Sieg der Romanovs über Stefan Ratzin. Auch am Ende des 18. Jahrhunderts wurde in diese Richtung viel getan, insbesondere nach dem Sieg der Romanovs über Jemeljan Pugatschow im Krieg von 1773 bis 1775. Erst ab dem 19. Jahrhundert erhielt die skaligerische Version der Geschichte ihre heutige Form. Um dies zu verdeutlichen, verwenden wir heute eine etablierte Chronologie der Neuen Ära. Wir sollten es jedoch nur als eine rein fiktive Zeitleiste betrachten. Eine von vielen möglichen. Wie sich zeigt, ist zu Beginn der Neuen Ära, das heißt vor etwa 2010 Jahren, nie ein besonderes bedeutendes Ereignis eingetreten, dessen Berichte überliefert wurden. Außerdem gibt es keinerlei Daten aus dieser fernen Epoche. Genauer gesagt ist es falsch, diese Zeit als christliche Zeit zu bezeichnen, wie wir es heute tun. Wie aus unseren Ergebnissen hervorgeht, fand die Geburt Christi fast tausend Jahre später statt, nämlich im 12. Jahrhundert, nach der bedingten Neuen Ära. Normalerweise verwenden wir bei der Formulierung unserer Hypothese immer die Wörter möglicherweise, wahrscheinlich, wahrscheinlich, etc. Aber da dieses Buch ganz unserer Rekonstruktion gewidmet ist, werden wir diese Worte nicht immer wiederholen, während wir sie ständig implizieren. Wir beharren nicht auf einigen unserer Beobachtungen. Wir möchten, dass sie sich daran erinnern. Da unsere Rekonstruktion für viele Leser ungewohnt ist, wiederholen wir manchmal einige unserer Schlussfolgerungen für eine bessere Absorption. In verschiedenen alten Texten wurden die Wörter nur mit Konsonanten, ohne Vokale, aufgeschrieben. Bitte beachten Sie die Details im Buch von Fomenko. Die Vokale erschienen später und benannten nur eine von vielen möglichen Varianten der Wortlesung. Zunächst einmal geht es um die Eigennamen und das führte zu der erheblichen Unklarheit beim Lesen der alten Namen, die geografischen Namen und so weiter. Im alten Text gab es auch keine Aufteilung in einzelne Wörter. Außerdem könnte es leicht zu Verwechslungen zwischen den Klängen L und R, F und T, B und V, etc. kommen. Das Altslawische hatte mehrere Auslassungen von Vokalen und außerdem hatte es keine Trennung in Wörter. Die antiken ägyptischen Texte wurden auch nur mit den Konsonanten geschrieben. Die Namen der ägyptischen Könige werden in der modernen Literatur in ihrer bedingten, völlig freien Form, dem sogenannten Classroom, angegeben, die üblicherweise in den Lehrbüchern akzeptiert werden. Diese Formen unterscheiden sich oft erheblich voneinander und es ist nicht möglich, sie in irgendeiner Weise zu regulieren, da sie alle das Ergebnis der willkürlichen Lesart sind, die zur Tradition wurde. Auch die hebräische Schriftsprache hatte ursprünglich weder Vokale noch andere Symbole, die sie ersetzen. Die Bücher des Alten Testaments wurden nur mit Konsonanten geschrieben. Die Parallelen zwischen den Ereignissen in den verschiedenen Perioden der antiken Geschichte konnten wir nur dank der neuen Chronologie entdecken. Ohne sie wäre es unmöglich zu verstehen, wer mit wem verglichen werden sollte und was mit was verglichen werden sollte. Der Großteil des Materials ist so groß, dass es praktisch unmöglich ist, zufällig nach den richtigen Parallelen in ihm zu suchen. Aber jetzt, da wir den chronologischen Rahmen der Geschichte rekonstruiert haben, eröffnet sich eine wunderbare Gelegenheit, dieses formale Ergebnis mit dem Inhalt der Ereignisse zu bereichern. Dies ist genau die Art und Weise, wie man biografische Übereinstimmung, die wir präsentieren, behandelt. Sie sind nicht der strenge Beweis an sich, aber sie ergeben sich logischerweise aus der neuen Chronologie, die durch die mathematischen Methoden festgelegt wurde. Zuerst berechnen wir die Daten und erst dann, basierend auf ihnen, lesen wir die alten Dokumente neu und beginnen, die wahre Essenz zu sehen. Tatsache ist, dass die Daten der Ereignisse die Interpretation der Geschichte stark bestimmen und es uns nun ermöglichen, aus vielen möglichen Quellen die richtige Interpretation der Quellen auszuwählen. Zur neuen Chronologie von Anatole Fomenko, Teil 2 des Vorworts Die psychologischen Hinweise Heute wird das Wort Antike meist mit den Ereignissen vor dem 5. Jahrhundert nach Christus in Verbindung gebracht. Die tiefe Antike ist früher als, sagen wir, das 10. Jahrhundert vor Christus. Die tiefste Antike reicht bis ins 2. Jahrtausend vor Christus zurück. Der Brauch, der heute weithin akzeptiert wird, denn diese besondere Zeitskala ist eine der schwerwiegenden psychologischen Behinderungen bei der Wahrnehmung der neuen, kurzen Chronologie. Aber diese psychologische Interpretation des Wortes Antike, wie heute bekannt wurde, erschien nicht von selbst. Und das vor nicht allzu langer Zeit. Sie ist das Ergebnis der künstlichen Einbettung der extrem langen Chronologie der letzten 300 Jahre. Die Idee der extrem langen Geschichte lag auf dem fruchtbaren Boden des natürlichen menschlichen Respekts gegenüber der Erinnerung des Clans an seinen eigenen Stammbaum. Man kann die Gefühle der Menschen verstehen, die versuchen, in die ferne Vergangenheit ihrer Vorfahren zu blicken. Je weiter sie sehen können, desto höher ist ihr persönliches Selbstwertgefühl. Die neue Chronologie diktiert ein anderes psychologisches Bild der Wahrnehmung der Vergangenheit. Nun sollte das Wort Antike dem 15. bis 17. Jahrhundert entsprechen, d.h. den Ereignissen, die 300 bis 400 Jahre von uns entfernt sind. Der Begriff Hochantike bezeichnet das 11. bis 12. Jahrhundert. Zu Beginn des 10. bis 11. Jahrhunderts kommt die Epoche des Schweigens der schriftlichen Dokumente. Aus dieser Zeit sind keine schriftlichen Zeugnisse erhalten, sei es auf Papier, Pergament, Papyrus oder den Steinen. So bleiben die Wörter Antike, Hochantike und Extremantike in unserem Lexikon. Sie sind jedoch von einer anderen Bedeutung. Diese Epochen rücken uns immer näher und die Zeitskala hat sich stark verkürzt. Wir sollten akzeptieren, dass wir auf der Grundlage der schriftlichen Quellen in die Vergangenheit blicken können, nicht so weit, wie wir es gestern dachten. Aber alles, was wir gestern gesehen haben, ist heute sichtbar, nur näher. Abschließend möchte ich sagen, basierend auf den mathematischen und astronomischen Methoden, die wir vorgeschlagen haben, wird gezeigt, dass die Scaligerische Chronologie und Geschichte grundlegend falsch ist. Die Geschichte bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts wurde in der Epoche des 17. bis 18. Jahrhunderts verfälscht. Die Fälschung ging einher mit der Suche und Vernichtung der Dokumente, die die wahren Berichte der Vergangenheit lieferten. In erster Linie ging es um das 15. bis 16. Jahrhundert, dessen Erinnerung mit besonderer Sorgfalt zerstört wurde. Diese Aktivitäten wurden fast 200 Jahre lang unermüdlich fortgesetzt. Das ist eine ausreichende Zeitspanne, um alle großen Texte zu zerstören, die die Wahrheit hätten sagen können. Daher können wir nicht erwarten, dass uns eine detaillierte Sachchronik eines Augenzeugen der Ereignisse des 16. Jahrhunderts in die Hände fällt. Deshalb erhalten die kleinen Details, die nicht ausgeräumten und zufällig überstandenen Wahrheitsfetzen, eine besondere Bedeutung. Und zusammengenommen erlauben sie uns, die Wahrheit wieder herzustellen. Das Studium der skalligärischen Geschichte kann mit der Arbeit eines Detektivs verglichen werden, der einen Verbrecher entlarvt, der eine plausible Geschichte erfunden und sich um sein Alibi gekümmert hatte. Deshalb ist es notwendig, zunächst in den kleinen Dingen, die den Augen des Verbrechers entgangen sind, der seine Spuren verwischt hat, nach dem wahren Bild zu suchen, da es schwierig ist, alle Details bei der Erfindung einer falschen Version zu berücksichtigen. Und der erfahrene Detektiv buddelt sie aus. Die Beschaffung von Beweismitteln entfaltet allmählich alle Umstände des Verbrechens. A.T. Fomenko und G.V. Nosowski, Moskau, Staatliche Universität, Lomonosov, Moskau.